Servus, grüßt euch miteinander. Ich bin der Süder Simon. Ich komme aus dem Ortsteil Oberlauterbach, bin 32 Jahre alt, verheiratet und ein kleiner Bub im Jahr. Beruflich bin ich Metallbaumeister und Schweißfachmann. Unter meinen Aufgaben zählen auch die Lehrlingsausbildung. Von den Hobbys her bin ich im örtlichen Kegelferein tätig. Mit meinen zwei Vorstandskollegen bin ich ein Vorstand. In Freilung Feuerwehr bin ich auch. Meine Ziele bei den Freien Wählern, einfach die jungen Interessen in den Gemeinderat besser einzubringen. Vielen Dank. Servus.